Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns tatsächlich mal mit Docker-Maschinen zwei virtuelle Maschinen erstellen, die wir dann dem Swarm zufügen wollen. Das machen wir allerdings erst im nächsten Video, denn ja, wie gesagt, dieser Schritt hier ist nur nötig, wenn ihr das Ganze bei euch mal ausprobieren wollt und sozusagen ein Gefühl dafür bekommen wollt, was ich stark empfehlen würde. Denn drei V-Server zu mieten und die dann irgendwie zu steigen lassen, ist nicht ganz so geil, kostet natürlich einiges. Da ist, glaube ich, das Ausprobieren auf dem lokalen System deutlich angenehmer. Und dazu ist dieses Video da. So, wir erstellen allerdings echte virtuelle Maschinen heute, keine Container, das heißt, wir brauchen auch einen echten Hypervisor und das bekommen wir durch VirtualBox. Und ja, Docker-Machine verwendet den VirtualBox-Hypervisor oder den Driver, den Treiber im Endeffekt, um eine oder mehrere virtuelle Maschinen zu erstellen. Den kann man sich für jedes System runterladen, einfach hier quasi Windows-Host, OSX-Host oder Linux, da ist er in den Paketquellen drin oder auch für Solaris. Einfach runterladen und den Anweisungen dort folgen. Wer damit Probleme hat, der möge mir bitte schreiben, man muss wirklich nichts machen, außer hier den Anweisungen folgen. Das ist wirklich super simpel. Einfach, hier seht ihr es auch direkt unten, sieht man dieses kleine Ding hier, das da meine ich, da wo die Links stehen, da wird direkt auf die .exe verlinkt oder die .dmg. Also quasi eine ganz normale Installation und für Linux, da steht dabei, was eigentlich passiert, nämlich in den Paketquellen. Hier ist quasi eine perfekte Installationsanleitung für alles dabei. Das heißt, da braucht ihr mich wahrscheinlich eigentlich nicht. Falls doch, bitte sagt mir Bescheid, dann helfe ich euch natürlich. Aber ja, VirtualBox erlaubt uns dann das Erstellen von virtuellen Maschinen und das wollen wir jetzt mit Docker-Machine machen. Das heißt, wir gehen hierher und sagen, sudo Docker-Machine. Das solltet ihr mittlerweile installiert haben. Das ist noch aus dem letzten Video. Hier sollte was ähnliches bei euch stehen. Vielleicht nicht unbedingt diese Version, aber hier sollte definitiv bei euch Docker-Machine-Version und dann irgendwas stehen. Es sollte auf jeden Fall, der Befehl sollte gefunden worden sein, sonst geht das jetzt nicht. Und wir wollen uns jetzt eine neue virtuelle Maschine erstellen. Das machen wir mit Create. Create-minus-driver, weil wir mehrere Möglichkeiten haben, eine virtuelle Maschine oder einen Hypervisor auszuwählen. Wir wählen den von VirtualBox aus, weil der A kostenlos ist und B auch super gut funktioniert. Also einfach Driver VirtualBox. Und dann nennen wir das Ding myvm1337. Äh, 337 habe ich gesagt. Und jetzt brauche ich natürlich mein Passwort wieder. Genau. Bei euch wird das Ganze hier erstmal noch diese boot-to-docker.iso-Datei runterladen müssen, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ich habe das natürlich schon mal gemacht. Ähm, und ja, das kann ein bisschen dauern. Das ist allerdings einfach nur eine Sache von 5 Minuten warten. Das geht je nach Internet richtig schnell. Also, ähm, eigentlich nichts Schlimmes. Und dann wird eine V-Box VM, also VirtualBox virtuelle Maschine erstellt. Es wird ein SSH-Schlüssel erzeugt. Die VM wird gestartet. Das Netzwerk wird eventuell neu erstellt. Und man bekommt eine, oder die VM bekommt eine IP zugewiesen. Diese IP und dieser SSH-Schlüssel sind nachher alles, was ihr braucht, um darauf zuzugreifen. Das ist dann quasi wie ein V-Server, den ihr verwenden könnt. Das heißt, im Endeffekt verhält sich das so wie ein ganz normaler V-Server, den ihr irgendwo gemietet habt. Ihr könnt euch mit SSH drauf tunneln. Ihr könnt dann dort Befehle ausführen und eben alles machen. Nur, dass das Ganze schon für Docker komplett eingerichtet ist. Sehr, sehr komfortabel also. So, anschließend sehen wir hier, dass das Ganze allmählich mal gestartet wird. Dann werden noch ein paar Zertifikate eingerichtet. Und die Konfiguration für Docker wird eingerichtet. Und dann wird Docker auch tatsächlich gestartet. Und jetzt sind wir schon in der Lage, mit dieser virtuellen Maschine zu interagieren. Wir wollen das allerdings nicht mit Docker Machine Env und dann das da machen. Sondern wir wollen nachher per SSH drauf zugreifen. So wie wir das im Endeffekt mit einem echten V-Server auch machen. Vielleicht gehen wir aber auch nochmal ein bisschen auf den Endbefehl ein. Was wir allerdings noch machen wollen, ist, wir wollen noch eine virtuelle Maschine erstellen. Das könnt ihr natürlich machen, so oft ihr wollt. Aber wir wollen eine virtuelle Maschine oder wir wollen zwei quasi haben, die dem Swarm joinen und einen Swarm Manager. Und der Swarm Manager ist natürlich mein normales System hier. Und die anderen beiden sind quasi die, die dem Swarm joinen, damit wir dem Einführungsvideo gerecht werden, wo ich eben auch zwei gezeigt habe. So, das heißt, wir kreieren uns noch eine VM mit dem Treiber Virtual Box MyVM42 selbstverständlich. Und lassen das kurz laufen. So, geht nicht allzu lange. Die zweite sollte bei euch auch ungefähr nur so kurz gehen wie bei mir. Ich pausiere euch mal währenddessen. Sehr schön. Also haben wir jetzt zwei virtuelle Maschinen, die wir uns jetzt auch angucken können. Natürlich mit sudo docker-machine ls. Damit könnt ihr euch beide virtuelle Maschinen angucken. Ihr seht auch die IP-Adressen. Das heißt, wir haben hier einmal, also die Namen sind auch wichtig. Dazu komme ich gleich. Wir sehen auch hier, ob sie aktiv sind, beziehungsweise was da eigentlich gerade der Zustand ist. Sie sind beide am Laufen, also Running. Das ist ganz wichtig, dass das funktioniert. Wir sehen auch hier, was der Treiber ist. Virtual Box zweimal. Und wir sehen hier, dass die beide über Port 2376 erreichbar sind unter TCP. 2376 ist jetzt nicht unbedingt der normalste Port, den man sich jetzt so aussuchen würde. Aber das liegt daran, dass der Swarm tatsächlich über diesen Port hier gemanagt wird. Das heißt, Docker hat sich den Port 2376 ausgesucht, um hier tatsächlich Befehle an diese virtuellen Maschinen zu schicken. Und wenn man einen Swarm quasi starten möchte, dann macht das das im Endeffekt auch damit, also über diesen Port hier. Das heißt, den solltet ihr definitiv für keine andere Anwendung hier belegen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, also mit ls könnt ihr die Maschinen euch angucken. Und im Endeffekt kennt ihr auch schon alle anderen Befehle. rm würde euch eine vm beenden. Das würde meine vm 42 stoppen, beziehungsweise entfernen sogar. Und mit Stopp kann ich sie einfach nur stoppen. Dann existiert sie zwar noch, aber sie ist nicht weg. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Allerdings möchte ich das jetzt gerade nicht machen, weil wir natürlich im nächsten Video beide vms noch brauchen werden. Und ja, bis dahin sei es das erstmal. Wir hören uns. Ciao.